Hey, ich bin Manuela und mache meine kaufmännische Ausbildung bei der Sunner Gruppe. Sunner ist ein international tätiges Unternehmen, auch mit mehreren Standorten im Ausland. Heute möchte ich dir einen kleinen Einblick in meine Ausbildung geben. Komm doch mal mit! Momentan bin ich bei einer von unseren Verkaufsabteilungen tätig. Da ist es wichtig, dass die Ware rechtzeitig zu unserem Kunden ankommt und er mit uns zufrieden ist. Da unser Unternehmen international tätig ist, kann ich meine Fremdsprachenkenntnisse telefonisch oder per Mail einsetzen. Zudem arbeite ich in einem guten Team. Jeden Mittwoch bekommen wir eine Stunde zur Verfügung gestellt, um zu lernen. Wir werden nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei Themen aus der Schule unterstützt. Du bist gut drauf und kannst gut im Team arbeiten. Bist du gerne am Computer und super zuverlässig? Dann passest du perfekt zu uns. In der Personalabteilung unterstütze ich meine Lehrmeisterin dabei, unseren nächsten Lernenden zu finden. Von A bis Z bin ich für die Rekrutierung der Lernenden zuständig. Ausserdem werden hier alles organisiert und Projekte durchgeführt. So, jetzt hast du einen Einblick in meinen Arbeitsalltag bekommen. Ich freue mich auf deine Bewerbung und wer weiss, bis bald!